So, ich werde einmal nachladen, bevor es hier weitergeht. Okay, wir haben hier noch ein Dokument. Das nehmen wir doch einfach mal. Gucken wir mal ganz kurz. Äh, Dokumente. Mikrodisierende. Ahaha. Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Okay, also da geht es um so fleischfressende Bazillen. Was war hier? So, der Weg, den ich vorhin gegangen bin, der scheint nicht mehr zu gehen. Dann laufen wir mal hier unten lang. Da bin ich vorhin von hier gekommen. Ja, doch, von hier bin ich gekommen. So, dann will wieder irgendjemand rein. Das ist jetzt gerade noch jemanden. Ach, da. Gut, dass der mich noch nicht gesehen hat. Wieder diese beiden nacken, äh, Keulen schwingenden Typen. Ja, aber klar. Kann ich das zumachen? Warte, schön. Machen wir es doch einfach mal. Ist hier irgendwie was? Oh, ich werde echt still, ne? Och, ein bisschen Angst. Okay, das haben wir geschafft. Schnell auf, schnell wieder zu. Wer weiß, was da auf uns zukommt. So, der geht irgendwo hin. Ich denke, mich mal mitzunehmen. Okay, hier geht alles nicht auf. Hier ist eine Tür. Das ist sowas wie eine Küche. Oh, diese Musik. Nein, könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen. So, und ich behaupte jetzt mal. Ah, hier sind wieder Türen. Da steht doch jemand. Ich hoffe, das ist Vater Martin. Hallo. Ne, ist er natürlich nicht. Hier ist der Speiseraum. Und hier ist auch... Nein, hier geht es natürlich nicht weiter. So, dann schauen wir nochmal. Hier könnte es auch weitergehen. Das ist so gemein, wie er ganz lange so eine Tür aufmacht. Und dann auf einmal ganz schnell... Das ist echt fies. Und die Musik ist auch sehr fies. Oh man, ich möchte jetzt diesen... diesen... Vater da treffen. Hallo. Oh, Licht. Schön. So, jetzt ist überall nichts drin. Naja gut. Das heißt, wir müssen also hier lang. Die sind überall Räume. Okay. Die beten also hier alle. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir doch einfach mal raus, ne? Okay, ich kann nicht rausgehen. Aber es muss ja heißen, hier ist irgendeiner gesprungen oder so. Wir laden einmal nach. Ja, und die Dichter, ich komme. Das heißt, hier wird es gleich wieder abgehen. Und wir nehmen einmal das hier. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unseren Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nehm mich, Wallrider, lass es den Apostel meines Hirtes sehen und verbreite es mit seinen Lügen. Für eine größere Wahrheit deiner Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Das ist mein Gebet. Fritze dein Evangelium in mein Fleisch. Ja, das klingt toll. Wieder alles hammerdunkel. Und wir haben nur drei Batterien noch. Also das heißt, jetzt wäre mal schön... Hä? Ö? Okay, wo geht es dann lang? Hier sind alle. Die sind alle. Oder muss jetzt doch... Hier ist auch noch eine Tür. Ja, muss man doch mal hier haben, oder nicht? Anders macht das gar keinen Sinn. So, war klar. Das ist natürlich beim ersten Mal ging das nicht. Gott hasst krankheit. Ja, okay. Gott hasst geld. Steht hier noch. Gott always provides way. Okay, was jetzt nicht so ganz ist. Das heißt, woher sind die Nacken und die Tunge nichts. Das ist natürlich... Ich rieche ein Finale. Mein Job. Du allein soll es weggehen, Petalpha. Das ist dein ultime Akt der Begegnung. Die Prozesse des Prophets war immer Freiheit von der Tod. Und hier ist es. Du will watch and record my death. My resurrection. Und together, we will be free. Du bist nicht mehr in any danger. Ich habe den Ereignen. Es wird dich zu Freiheit. Wir werden, alle von uns, befreier. Du, mein Son. Okay. Okay. Der lässt sich jetzt verbrennen. Aber der meint. Der Aufzug bringt dich zum Hauptausgang. Aber wo genau geht's nun? Okay, wir haben wieder was Neues. Kein Dokument, sondern... Ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Der Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt schon den Weg. Und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen... Oh Gott. Ja, ich will jetzt dazu nichts sagen, aber ich behaupte mal, dass es so einfach, wird es dann doch nicht gehen. Jetzt einfach mal die Frage, wo zum Geier... Wo zum Geier ist der Fahrstuhl. Hier nicht. Hier auch nicht. Was ist denn der bekloppte Fahrstuhl? Okay, äh, gruseligen Sieg und ich scheitere daran, dass ich nicht weiß, wo ich lange muss. Die werden mich ja nicht... Da? Ne. Die haben ja die Tür aufgemacht, das heißt ja, ich muss... So, er ist ein bisschen verbrannt. Ja, der Sinn würde doch hier lang machen. Ach da, hm, ja, natürlich. Immer, wenn man nicht weiß, wo lang, dann geht es natürlich nach oben. Und hier geht es nach unten. Ja, er kommt natürlich auch. Nicht hier oben verstecken. So, wir sind mal einfach ganz ruhig. Warten mal ab. Und ich hoffe, er geht dann da nach links weiter. Dass ich einfach, äh, dann an ihm vorbeisprinten kann. Ist ja meistens so der Weg. Ich meine, der riecht doch, wo ich bin, oder? Okay, da steht schon mal Exit. Und natürlich hat er mich gesehen. Und natürlich geht es hier nicht lang. Oh, Mann. Da muss ich doch hier lang. Nee, scheint nicht. Okay, das war... Natürlich dumm. Ja, das war's natürlich. Hehe. Hm. So kann's gehen. So. Okay, er kommt von da. Das heißt, er muss mir, oh, vielleicht sollte ich auch mal über hinlaufen. Nein, so schnell. Na, komm. So, wir sind eben... Ich muss ja einfach nur weglaufen. Nein. Kann schon. So, ganz nach links. Äh, ganz nach unten. So, und jetzt... Oh, nein. Komm schon. Komm schon. Was sind denn hier in Küchen? So, ich kann das ewig durch, weil hier... So, und hier geht's nicht lang. Hier geht's nicht lang. Oh, muss man das da wegschieben. Ah, okay. Gut schon. Sehr gut. Okay. So, er wird ja jetzt aber nicht durchkommen, wahrscheinlich. Oder? Na, Wahrscheinlichkeit. Ah, Fahrstuhl. Sehr gut. Dann benutzen wir den noch einfach mal. Und hoffentlich kommen wir dann noch raus. Okay, so. Äh. Nein. Nein, 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 stopp. Stopp, stopp, stopp. Hm. Äh, ja. Jahre später. Ich find' einen anderen Weg nach draußen. Juhu. Ach, genau. Ich möchte nicht. Okay. Das sieht aber eigenartig aus. Das spacerei. Also, ich hatte Angst. Kindchen. impair es. Ich có muitos.